Das bedeutet klinisch natürlich ganz konkret bei diesen Patienten, dass wir unsere Therapie-Priorisierung entsprechend anpassen müssen. Das heißt, wir wollen keine Therapie haben, die den Patienten gefährdet durch Hypoglykämien und zwar nicht nur im Bewusstsein, sondern eventuell auch durch Sturzgefahr und natürlich begleitende kardiovaskuläre Komplikationen. Das heißt, ja, wir würden sicherlich wahrscheinlich empfehlen, möglichst so viel Null-Harnstoffe und Insulin in dieser Situation bei Patienten mit Typ 2 Diabetes zu vermeiden. Wir wollen eine einfache Therapie. Wir wollen eine Therapie, die nebenwirkungsarm ist. Wir wollen eine Therapie, die den Blutzucker kontrolliert, nicht normalisiert. Kontrolliert heißt, möglichst postprandial nicht über 180 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, wir wollen keine erhöhte Mundstörung haben, aber wir wollen auch keine Hypoglykämien.